Achtung, es ist ein wunderschöner Morgen, Alltag bei euch, die Luft ist erfüllt von Glühwürmchen-Gesang, auch wenn die Glühwürmchen gerade aus sind, aber sie singen euch ein Lied. Achtung, Oper! Bleib stehen, du blödes Fonny! Mit der Anmut einer Fee dirigiert Regisseur Markus Dietrich durchs Drehbuch. Er braucht keinen Zauberstab oder Spruch, um die guten Geister am Set zu rufen und den Bösen die Stirn zu bieten. Die gute Fee hier am Set, das ist für mich vor allem Markus, der Regisseur, weil er ganz, ganz viel Zeit sich nimmt, dass wirklich alle Departments zu dem kommen, was sie brauchen. Und das ganz Entscheidende ist, dass er wirklich oft für nochmal so einen Energieschub vor einer Szene sorgt. Das ist echt toll, also deswegen ist er für mich die gute Fee. Doch ohne unsichtbare Fee wirkt auch die Magie der Regie nicht. Unsichtbare Fee ist immer das Glück. Wie wird das Wetter, wie regnet es, wie viele Flugzeuge fliegen gerade über unser Set, wie viel Matsch ist da, funktioniert das so, wie wir uns das in der Auflösung vorgestellt haben, kriegen wir das in der Zeit hin. Und wenn das alles so ineinander greift, dann ist die unsichtbare Fee da und hat ihre Macht, ihre Schuldigkeit quasi getan und dann, würde ich sagen, wird es ein Märchen. Auch Uwe Stark ist eine gute Fee. Der Beleuchter bekämpft die Wolkenhexe und sucht mit dem Grauglas nach Sonnenlöchern. Überall wimmelt es am Set von wundervollbringenden Wesen, die im Film unsichtbar sind. Dutzende starke und leise Feen mit flinken Fingern und klugen Köpfen gestalten die Szene auf der Vossberger Düne östlich von Bremen und hoffen, dass die böse Wetterhexe nicht dazwischen funkt. Prinz Himmelblau und Fee Lupine nähern sich schüchtern. Doch da taucht die Hexe-Konfidante auf, die beide mit einem bösen Verwandlungszauber belegt und auseinanderbringen will. Diese Blicke, diese Verliebten wieder nicht. Niemals werdet ihr ein Paar werden, niemals dafür werde ich sorgen. Sieh sie dir nochmal an, Prinz. Denn so wie sie vor dir steht, wirst du deine Fee nie wiedersehen. Ich glaube ein Film kann nur entstehen mit ganz vielen guten Feen. Da ist auf der einen Seite unser Regisseur ist eine gute Fee, dann die vielen Leute hinter den Kulissen, die dafür sorgen, dass wir hier einen Kaffee bekommen, wenn wir müde werden, der dann irgendwie durch einen halben Wald getragen werden muss. Die uns schön machen oder hässlich machen, die uns anziehen. Also ohne die vielen Feen würde es nicht gehen. Die gute Fee am Set ist der Kameramann. Der verbringt ja die Magie, dass etwas, was hier passiert, dass er eigentlich vorbei ist, nachdem es passiert ist, in einem Video existiert und nach Hause kommt zu jemandem, der sich das anschaut. Und wenn das nicht Magie ist, was dann? Im Märchenfilm soll später alles feenhaft und leicht wirken, trotz schweren Geräts, langer Drehtage und Angst vor Regen. Nicht nur die Schauspieler müssen dafür ganz in ihre Rolle eintauchen, auch die Kostümbildner brauchen viel Liebe zum Detail. Das ist wichtig, dass ich weiß um Materialien, was machen Materialien am Körper der Schauspieler. Ich habe vorher eine Vorstellung, ich sehe das, wenn ich ein Drehbuch lese, ich bespreche mit dem Regisseur, ich wandle das um, kaufe Stoffe, suche in jeder Ecke nach irgendwelchen seltsamen Dingen, die vielleicht dienlich sind. Achtung, Probe und bitte. Wie geht das ja widerlich? Willst du den da wirklich küssen? Der verhexten Lupine hat sie einen weißen Stehkragen gezaubert, der ihr eine arrogante Haltung gibt. Alles, was die Illusion einer Märchenwelt zerstört, wird nach der Probe aus dem Bild verbannt. Lass es uns einmal machen. Lass dich bloß, komm mal langsam auf uns zu. Lass dich bloß nicht mehr in unserem Dorf blicken, du Widerling. Am Waldrand hüten die Kostümfähen ihre textilen Schätze. Was haben wir denn hier, haben wir noch eine ganz süße Vieh. Das ist eine ganz süße. Da siehst du aber immer gleich die Unterwäsche, die so hängt, das ist am ganz profan. Aber das ist eben, das ist eine ganz süße. Sie gehören zur Gattung der Jäger und Sammler. Kein Pfützel wird jemals weggeschmissen, denn der Teufel liegt im Detail. Oder hier, das hat sie abgeschnitten und weggeschmissen hier. Das war von einem Feen. So, aber wer weiß, vielleicht geht doch was kaputt und dann brauchst du es. Das ist so ein winziger Faden, der kann nichts, der bedeutet nichts. Erstmal, aber wenn der an einem Beutel ist und der Beutel reißt, dann brauchen wir den. Damit die Crew nicht von Quälgeistern wie Durst und Hunger heimgesucht wird, gibt es ein mobiles Catering, das direkt am verwunschenen Drehort aufschlägt. 50 bis 70 Leute, vom Veganer bis zum Allergiker, muss die Küchenvieh am Tag versorgen. Kein leichter Job, aber entspannender. Zum Beispiel, wenn die Filmcrew plötzlich monströse Lichtreflektoren auspackt. Wir haben gestern die Jungs da drüben so komische Teile ausgepackt. Und dann standen wir schon hier und fragten, wofür ist das denn, was macht man damit? Weil wir es halt nicht kennen, wir kennen halt Töpfe und Messer. Jeder hier zaubert auf seine Weise. Die Maskenfeen haben allein mit den Köpfen der Schauspieler alle Hände voll zu tun. Nicht nur bei Felopine. Ich habe in 14 Tagen bestimmt 10 Haarteile gemacht, gebaut, gedressiert, geknüpft. Ich habe mich bewusstlos geknüpft. Als verzauberter hässlicher Prinz ist Himmelblau zottlich und vernarbt. Immer dann ist Lupine wunderschön, aber arrogant. Diese Verwandlung kostet natürlich Zeit. Andere dunkle Mächte halten auch auf. Wenn wir schlechtes Wetter haben oder so und wir dann überall Matsch ist, dass viele Autos stecken geblieben sind und alle mit ihren Stiefeln im Matsch standen und keine Ahnung. Sowas ist dann halt manchmal so ein bisschen anstrengend, aber es hat halt auch irgendwie, irgendwie macht es ja auch Spaß. Es ist halt wie so ein Abenteuer. Die Hälfte ist halt, man sitzt rum und wartet. Gegen einen Schlechtwetterzauber kommt keine gute Fee an. Nicht einfach, dennoch magische Leichtigkeit zu bewahren. Und dann der Wind. Ständig trägt er Fluglärm in das sonst so idyllische Feencamp bei Tarmstedt. Wenn die Propellerfee mal schläft, haben alle so lange gewartet, dass plötzlich der richtige Text wie von Zauberhand weggehext ist. Das war mit Absicht. Das war nicht mit Absicht. Wie jetzt? Und danke. Das war mit Absicht. Du musst aber sagen, es war aus Versehen. Das war so süß. Entschuldigung. Man weiß, okay, es braucht wirklich diesen einen Take und man muss das irgendwie gut hinbekommen und trotzdem muss das spielerisch passen. Und da ist man immer sehr erleichtert, wenn sowas funktioniert dann letztendlich. Ja klar, ich meine, natürlich ist es harte Arbeit. Das wirkt immer alles sehr, sehr romantisch im Endergebnis. Aber natürlich, man verbringt ganz viele Stunden im Wald. Da gibt es Zecken, da gibt es Mücken und ganz viel Ungetier. Körperliche Schwerstarbeit ist es, die komplette Technik ins Feencamp zu schleppen und unsichtbar zu machen. Die Requisiteure haben ihre Zaubertricks, damit Kabel und Co. aus dem Kamerawinkel verschwinden. Die Szenenbildner haben den magischen Look der Feenwelt schon vorher kreiert. Ich wollte so ein bisschen weg von dem eigentlichen Feenbild mit weißen Flügelchen und Glitzer. Und wir wollten es halt eher so ein bisschen natürlicher haben. Am Anfang gab es auch Ideen, die so Zigeunermäßig in Wägen wohnen zu lassen. Aber irgendwie fand ich dann dieses Natürliche in Zelten, in den Bäumen auch eine sehr schöne Idee. In Handarbeit wird in letzter Minute an Details gearbeitet. Zum Beispiel an besonders feenhaften Wäscheklammern. Das alles sieht so zauberhaft aus, dass es sogar das Filmteam in den Bann zieht. Ich finde das voll schön. Ich habe mich so doll auf den Tag gefreut, dass wir endlich an diesem Set hier sind. Heute droht kein Regen, die Szene zu zerstören. Aber die Stoffblumen sind trotzdem nicht in Form. Die müssen jetzt halt ein bisschen gefärbt werden, damit sie nicht zu knallweiß sind und zu billig aussieht. Hauptsache fressbar, findet Mini-Pony Luna, die im Film Lupines Haustier spielt. Vor der Szene mit ihr als Kleiderdieb probieren die Tiertrainerinnen, welches Kleid sie nicht zu sehr kitzelt. Noch heikler, der Windmaschinentest. Denn ein Pferd, das am Set wild wird, ist ein Albtraum, selbst wenn es nur 78 Zentimeter misst. Erleichterung, sie scheut nicht. Super gemacht. Statt zusätzlichen Stress zaubert das Mini-Shetland-Pony gute Stimmung im Feencamp. Luna entfaltet den vollen Zauber einer vierbeinigen Fee. Sie spürt wirklich gut, heute hat sie einen kleinen zickigen Tag. Sie hat Hunger. Sie frisst jetzt nämlich nicht mehr alles. Nur noch das ganze Sonne. Das ist wirklich die Entwicklung. Nur noch das Star-Heu. Sie hat sich jetzt so in die Rolle eingelebt, dass das überhaupt kein Problem mehr für sie ist. Also auch so diese Blumen auf dem Rücken, das macht nicht wirklich jedes Pferd mit. Das war für sie am Anfang auch nicht einfach. Also sie hatte auch Angst am Anfang. So, wir müssen da mal auf anfangen. Und es kommen immer noch alle Leute anfragen und wollen Fotos. Also Zauber hat sie überhaupt nicht verloren, sondern im Gegenteil, es ist ein Zauberpony geworden. Ein richtiges. Mit der Kraft aller guten Geister, Elfen und Feen hat die Filmcrew die Herausforderungen von 14 Drehtagen ganz märchenhaft gemeistert. Ich glaube, der besondere Reiz liegt darin, dass in jedem von uns ein Kind wohnt. Ich habe das sofort gemerkt beim ersten Drehtag, dass man so eine Leichtigkeit hat, weil man diese Feen spielt. Wenn alles abgedreht ist, dann geht die Zauberreihe natürlich weiter, weil dann sind wir im Schneideraum und hoffen, dass der Schnittmeister zaubert, dass die Postproduktion zaubert, dass der Komponist zaubert. Also es gibt noch sehr viele Feen, die noch warten, ihre Kraft quasi zur Geltung zu bringen. Ob sie das schaffen, das können die Zuschauer selbst entscheiden, wenn der fertige Märchenfilm Prinz Himmelblau und Philippine an Weihnachten im Ersten zu sehen ist.